Der Beagle Dein Beagle liebt das Familienleben. Und Familien lieben Beagle auch. Sie können großartig mit Kindern. Er ist lustig und wird dich zum Lachen bringen. Aber er wird auch dich selbst mit seinem berühmten Bellen zum Heulen bringen. Der Geruchssinn des Beagles ist sehr gut ausgeprägt. Das macht ihn im Rudel zu einem großartigen Jagdhund. Lass bloß kein Essen herumliegen, sonst gehört es ihm. Und der Beagle verteidigt sein Fressen aggressiver als viele andere Rassen. Hoffentlich wanderst du gerne, denn der Beagle tut das. Überhaupt müssen Beagle beschäftigt werden. Und als Rudelhunde sind sie nicht gerne allein. Falls du ihn zu lange ignorierst, bist du selbst schuld, wenn er dir das Wohnzimmer zerlegt. Oder von alleine abhaut. Gut zu wissen. Shakespeare hat oft über Beagle geschrieben. Sie werden seit jeher vom englischen Königshaus geliebt. Und die weltberühmte Trickfigur Snoopy ist auch ein Beagle. Der Beagle. Ein rundum großartiger Hund. happened. Und dasagramm. Untertitelung des ZDF, 2020